Ich bin ein Baby, Yasalami. Guckt euch meinen Arsch an. Jungs, wo ist mein Vater? Der ist gar nicht hier. Wo ist der? Wallah, wie ich laufe. Oh, ein Stift? Was mache ich hier? Ich habe eine Idee. Türkei, Türkei. Wo ist AMG von Baba? Wo ist AMG von ihm? Ach, Dunja. Danke, ich kann dieses Auto nicht anmachen. Oh, Juhu, hä? Du musst dich normalerweise anlegen. Weißt du, wer ich bin, hä? Weißt du, wer ich bin? Lack, geh zur Seite. Geh nach hinten. Machst du auf Mann, hä? Ich laufe wie ein Kenne. Guck mal. Wann? Ich hau dich kaputt. Komm mal her. Wer bist du, Raph? Ich hau dich tot, Yasalami. Komm, geh mal weg jetzt, Yasalami. Mg, 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 trinken. Der Wichser, verwischt dich. Mg, 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 mach dir Döner. Ich will's heute noch essen. Ey, du hast die Wur... Hallo, hier brennt's, Bruder. Aaaaah. Komm her, Yasalami. Gib mal diese Pillen. Papa. Halt meine Fresse, geh in dein Zimmer. Papa, ich hab Hunger. Essen. 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 Guck mal hier. Was willst du essen? Sag mal. Geh mal rein. Guck mal, was willst du essen? Es, es, Arminar. Aaaaah, Yasalami. Lack, du Bitch. Lack, mach mir Eier, du Hundeson. Komm mal her, mach mir jetzt Eier, du Hund. Mach mir Eier, hab ich gesagt. Mach mal das Hähnchen rein, Bruder. Mach zu. Zack. So, mein Freund. Hier, nimm mal diese Orange, Bruder. Uff. Warte mal, wie weit ist Hähnchen? Was redest du denn da? Hast du überhaupt angemacht? Landenofen? Ja. Du hast irgendwas falsch gemacht. Warte, lass mich mal drinnen kurz. Ein Hähnchen dauert doch nicht 10, 2 Minuten, Alter. Die Arminarum, kannst du einfach... Ey, ey, mach auf. Olle, mach auf. Lack, mach auf jetzt. Ey, weh, du machst den Ofen an, du Bitch. Weh, du machst den Ofen an. Ey, 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 ey. Du... Gott, unser Hund. Oh mein Gott. Meine Waffe. Schneller, schneller. Bleib stehen. Hände hoch. Hände hoch oder snallt. Hände hoch oder snallt. Ja. Lack, bleib stehen. Gib mir deine Kohle, du Hund. Los, gib. Gib mir jetzt die Kohle. Ich mach keinen Spaß jetzt. Du siehst doch, ich ernst meine. Gib die Kohle jetzt, Mann. Ey, hier ist eine Ratte. Ey, ich hab Ratte in der Hand. Ey, geh mal weg mit dir. Lack, du Hund, geh mal... Ich hab Ratte auf dich. Er wirft mit Ratte. Ey, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Drück mal auf den Knopf da oben. Was ist das denn? Drück mal bitte, drück mal. Ja, ja, ich bin frei. Nein, 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 nein. Ey, mach Tür auf. Oh, was ein schönes Zimmer. Oh, der Hund macht Geräusche. Hör mal. Bruder, weißt du, wie der Hund aussieht? Ein Hund ist so... Was ist das, Bruder? Ey, stopp, der Hund ist tot. Weißt du, was da unten wackelt? Das war nicht sein Schwanz. Bruder, das waren seine Eier. Wallah, guck mal. Das war was scheißen, Digga. Wallah, das sind seine Eier einfach. Warte, ich hab Jackie Cola. Komm mal her. Oh, oh mein Gott. Hey, du, Gottboser. Hey, 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 hey. Du bist gefickt, Bruder. Walla, billah. Oha, oha. Wollah, weg hier. Komm her, Bruder. Allah, weg bin. Du willst dein Haus ficken? Ich ficke dich, Bruder. Ah. Hallo, überhaupt. Ey, was mit dem Hähnchen im Ofen? Der ist gar nicht geworden. Doch, doch. Ich mach auf, ich esse. Oder esst du? Oh, Bonbon. Alter, ich bin schnell wie der Wind. Essen ist fertig. Wallah, ich komme. Bruder, ich bin schon grün geworden. Du hast mich gefiltert mit allem, was geht. Gib mal Feuerzeug, Herr Salami. Rein da. Wo rein? Soll ich jetzt rein, Bruder? Ich will die Hähnchen abholen. Danke, Bruder. Es ist auch knusprig, wie ich gesagt habe. Soll ich dich nochmal kaputt haben? Danke für die Hähnchen. Oh, mein Baby. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mein Baby. Mashallah, mashallah. Ja, ja. Bleib hier. Ich komme gleich wieder, ja? Ich fick doch mein Leben. Willst du Shisha rauchen, ne? Hier, nehm, nehm. Da drinnen. Oh, sie auch. Da drinnen ist. Da drinnen ist, Baby. Ich auch, Shisha. Ja. Nein, reicht, reicht. Oha. Der raucht mehr als ich. Oha. Ich hole dir was zu trinken, Baby. Hier, Jackie Cola. Wo ist dir auch, Jackie Cola? Hier, nimm. Wo ist dir auch, Jackie Cola? Guck mich an, du Scheißkind. Und... Bleib mal stehen. Wo bist du? Bleib mal stehen. Ich habe hier was für dich, kleiner Mann. Wo ist dir auch, Jackie Cola? Hier, nimm das. Nein, Jackie Cola gibt es hier nicht mehr im Haus. Nein. Nein. Ich habe gesagt, Brosi auch, Jackie Cola. Okay, nimm. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Das Kind ist tot. Ich muss hier weg. Hast du Hunger? Ja? Komm, ich mache dir was zu essen. Ja, komm, essen. Nein. Mach essen. Komm, guck, ich laufe wie du. Komm, ich bin Almanese. Komm. Gib diese Playstation her, ja? Für dich gibt es heute kein Playstation. Kein Playstation. Wo bist du hin? Kein Playstation. Was ist das? Kein Playstation, habe ich gesagt. In die Küche, los. Jetzt gibt es Essen. Na, Baby. Komm mit, Baby. Was willst du essen, hä? Wir haben hier sogar Eiswürfel. Komm her, jetzt. Komm doch her. Willst du Steak oder Eier? Ich schmeiße das Kind gleich raus. Ich schwöre dir. Ich schmeiße das Kind gleich raus. Oh, willst du Eier, du Verfickten? Jetzt reicht es, Almanabräum. Komm doch her jetzt, Mann. Almanabräum, ja. Bleib doch jetzt. Ey, komm mal runter. Jetzt reicht es. Komm mal, komm mal da runter. Alman, komm mal da runter jetzt. Hallo, hallo. Komm mal da runter jetzt. Komm mal da runter. Es reicht, Mann. Mein Ohr, mein Ohr. Gut, Kuckuck. Gut, Kuckuck. Komm, komm. Essen. Ja, essen. Komm. Ich mache dir Eier, okay, mit Sucuk. Ananas, Sikimiya. Ich kann nicht mal kochen. Weißt du was? Ich mache dir ein Steak. Du magst doch Steak. Wie aktiviere ich das jetzt? Neun. Was ist das? Gib das jetzt her. So spielt man. Ich habe die beste Idee. Komm, komm, Taman, komm her. Okay, komm. Du willst auch Trompete? Komm, ich mache hier. Trompete ist hier drin. Du musst aber reinklettern. Da drin ist Trompete. Ja. So ein Feind. Und, siehst du Trompete da? Ja? Siehst du nicht Trompete? Na, komm da raus, du Hund. Ach, ich hasse dieses Kind. Ich kann es nicht mehr aushalten. Mach mal eine Pfeife an, Bruder. Was? Du willst eine Pfeife, ja? Okay, ich mache dir eine. Ja, Bruder, mach mal Doppelapfel. Ich warte oben, Bruder. Hier, bitteschön. Warte, hier ist dein Doppelapfel. Hier ist dein Doppelapfel. So, warte, was willst du essen? Hier eine Milch, ein Wasser. Eier. Oh, oh. Hä? Was ist passiert mit dir? Oh, was hast du gemacht? Warum? Du kackst alles. Kackst alles. Ey, Bruder, was ist mit dir passiert? Eie, Bruder. Wallah. Ey, ich rutsche die ganze Zeit raus. Wallah, du platz gleich. Ey, bleib mal stehen, ich helfe dir doch. Bruder, bleib mal. Geh mal her, diese Milch trinkst du nicht mehr. Du hast Laktoseintoleranz. Guck mal hier. Halt's Maul. Ja, hi, hi. Rein, Jelda, rein, rein. Ja, let's go. Bruder, mach schön warm, ja, Salami. Oh, ja, das tut gut. Sag, mach mal Seife rein. Ich sterbe gleich. Hier, Bruder. Hier, Seife, Bruder. Oh, guck mal hier. Hä? Bleib mal stehen. Raus, raus, Baby, raus. Baby. Ey, was ist hier passiert? Komm hier nach vorne, nach vorne, nach vorne. Wir müssen raus, mach Tür auf unten, mach Tür auf unten. Land, swim down, du Hurensohn. Wie denn? Ich sterbe gleich. Nein, ich krieg die Tür nicht auf. Hör, wie das aussieht. Bruder, Tür ist offen, komm. Ich komm nicht durch, ich komm nicht. Jungs, Creator, Creator Code, Assi, Jalla. Macht Creator Code, Gigant. Halt's Maul, du Wichser, Bruder. Es gibt nicht mal Creator Code, Gigant. Assi ist das einzige Wagen. Let's go, gib ihm Böse, Jalla, tschüss. In meinem Block werden Paras geschoben. Vierzehntusショck, liegt Snog auf dem Boden. Fick nicht mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brücheh deinen Kopf, Dietzenbach, fickt deinen Toten. Hell up, fick mit der Dietzenbach. Hell up, hell up, hell up, hell up, hell up. Hell up.